reife wechseln mit redtox am start mit schrauben sie viel spaß alle leute willkommen zurück bei redtox für unser let's play carmechanics simulator 2021 ja weiter geht das mit unserem fahrzeug nissan 370 nismo ja jetzt müssen wir die reife montieren und dann die karosserie teilen das machen wir ich hoffe mal in dieser folge alles zusammen jetzt wollte ich noch die reife groß schauen vorne brauchen wir 245 x 40 x 19 ok dann zweimal muss man bestellen es geht los so da brauchen wir einfach slick werde ich sagen so zwei stück durchmesser soll 19 x 145 x wie viel war das 35 glaube ich aber ich weiß auch nicht mehr so ganz mal 40 245 da habe ich auch falsch eingekauft aber vielleicht nehme ich trotzdem ja immer das liegt um das war auch die sind auch nicht so schlechte abnehmen diese die sind auch okay so 19 mal 245 x 40 ok und jetzt muss man auch felge schauen das könnte man machen für felge die einfach noch wirklich schön aussehen ja ich kann einfach mal gucken was für felge war das bei diesem nissan was ich habe jetzt auch gesehen letztem mal erstmal denn die anschaut ja die sind entscheidung 370 Schnee Die Bildung die letzte Male habe ich nicht mehr Es gibt welche, die sind richtig geil. Okay, es ändert sich vielleicht meine Meinung über die Lackerei, aber okay, oh, das wäre auch ein gutes Modell, so in einem grün, aber richtig geil grün, so, ihr könnt das vielleicht sehen. Ich weiß nicht, ob das kommt drüber, ja, so ein grün mit schwarzen Felgen, okay, das wäre auch eine sehr gute Option, dann werden wir auch das machen. Aber ich muss erst mal schauen, dass ich bekomme auch, ah, solche Felge werden auch passt, okay. Okay, da brauche ich zwei Stück, mal 19, weil ich habe auch gesehen, das sind einfach auch verschiedene, enttiefe Presse, 40, jawohl. Und da könnte man das auch lackieren, sofort. Ja, jetzt, äh, Lackerei, 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 äh, kann man, ihre Rolle, ja. Ja, äh, die Lackerei, war doch drüber, hier, ne? Ja. Okay, dann, jetzt, äh, Teile, Lackerei, wohnen. Ach, hier. Okay, aber ich hätte gern mal das komplett schwarze. wie ist das um die Kamera zu schwenken oh ja das passt so in schwarz glänz-uni, metallischer Effekt matt, chrom ein chrom, ja machen wir das ok und dann noch einmal Tyler Key die i, jawohl bereit verwenden, jawohl enter und dann kann man auch direkt was war das ich muss noch gucken das war 285 mal 35 übrigens zum wohl ja ich habe ein bisschen Durst und ich bin auch einfach jetzt wieder mit oft beschäftigt, das war auch eine lange Zeit wo ich aber auch nicht mehr die Zeit gehabt aber jetzt mache ich das auch gern für meinen Kanal wieder so dann zwei Stück 19 und wie ah das war 35 die sind ja etwas ganz kleine hinten die Felge aber trotzdem große große reife so ich meine große reife große breite reife zum dominator zwei stück 19 mal 285 mal 285 mal 25 ok ok erstmal die lackierei wieder dass man lackiert wieder die neue Felge neue Felge ok nein fahrzeug lackiert habe ich keine ich muss noch warten die die letzte mal verwenden das war das hier hinterdrücken ok und dann noch einmal die letzte Felge und dann haben wir auch das geschafft muss man die Reife montieren ok 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 die Tür ist jetzt so eine Line zugegangen ich habe auch nichts gemacht ok dann ja und übrigens da gibt es noch zwei DLC in dem Spiel jetzt China DLC und BMW DLC da muss sich gut gehen warum das auch zu kaufen und das ich habe auch das auch auf dem Spiel so ich will erstmal meine Reife montieren ja wo war das sei ja hier so Reife FC Reife FC die Felge was ist das was ist das für Moment mal ich vielleicht mal keine Fehler machen ich hoffe mal das es passt ich hoffe mal das es passt ich habe auch gelangen ah doch das passt Reife FC das passt das passt alles das aber das Geld geht wieder langsam runter ich habe auch kein Glück für den Moment ähm was ist mit äh gutes Fahrzeug mit verkaufen dann wollen wir dann wollen wir so Spiel spielen ok das hat mal Zeit gekostet ah ach das ist das 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 ist ist das das ist das das ist das 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 ist und die letzte felge so reife ok ok jetzt kann man das jetzt montieren so ich muss einfach erstmal die große felge oh das kann genau mit das modell was ich habe jetzt auch öschge zage sehr gut nein sieht schon gut aus mit die ganze neue reife dann ihre ok so dann kann man die das fahrzeug wieder ihre abstellen und dann kann man sich kümmern und die ganze Fertigkeit von unserem Fahrzeug so ich will das Fahrzeug bewege zweiter, erster, zweiter Stellplatz normal ist Platz ah ich habe auch, ja stimmt ich habe noch eine Golf oder was ist ja das ist ein Golf die muss ich auch repariert da kriegt man noch ein bisschen Cash ok aber jetzt muss ich hier Karosserie Montage ok ok aber erstmal muss man die Teile kaufen Karosserie Innenausstattung sowieso, ich muss schauen Nissan dann was haben wir next oh ok dann muss ich Karosserie Toning ich weiß nicht ob das war irreverwand und nein nein ok ok Tuning Teile nein Body Workstation so hier ist das die 370 Z ok so Außenspiegel links links ja da werden wir zwei Stück äh links nein eine eine Ecke Klappe Ecke Scheibe Karosserie Scheibe ok so wie das aussehen ich brauche alles he Motorola da gibt es auch keine keine besondere Teile ah nur dass die Spiegel ich hätte gern die einfach auch jetzt lackiere weil ich meint wenn ich mal alles grün dann vielleicht passt das auch im grün auch die Spiegel aber ich weiß nicht ob man das lackieren kann weil ich habe gesehen das war Carbon gut normalerweise Carbon könnte man auch lackieren aber mal sehen mal sehen mal sehen so das haben wir hier fort 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 äh mit sprit mac Jane war schon doch so glaube ich Teil ihr könnte man das auch lackieren über Farbe aber ich weiß nicht ob wir können das lackieren ich glaube nicht nein das könnte man leider nicht lackieren ich bin das ja es ist gar worden da könnte man das auch nicht lackieren okay ich habe ich wollte das versuchen ich dachte auch das carbon defekt kann man auch nicht so lackieren okay dann machen wir hier weiter so Montage und Chaos Metal jawohl so die Türe die Spiegel und dann muss man auch die Schilde auch so schieben nur noch Schild muss ich noch machen aber die hat trotzdem rote rote details ich hoffe mal das wäre auch möglich das Fahrzeug im grün zu haben eventuell das ist mal wahr aber das geht schnell die Karosserie jetzt ja die Maschine müssen wir noch schauen okay boah die sieht auch sehr gut aus ich denke mal das muss auch gut abgehen so okay jetzt brauchen wir die Innenraumausstattung so Innenraum da muss man äh Innenraum das ist normal beim Interieur aber man hat auch nichts gefunden oder Nissan nein okay Interior Bodywork nein Super Shop ahja und uh da habe ich noch ein paar Dings das ich kann auch an ansetzt schaut ihr das an Nuss könnten wir auch anbauen uh warum nicht machen wir Nuss rein ich weiß nicht wo muss mal gucken ich habe auch Elektronik Doppelturbo Doppelturbo ja das sind auch paar Sachen die habe ich einfach runtergeladen in dem so Workshop Ruf Scoop White Lunge oh kann man das auch nehmen ich weiß nicht ob man könnte etwas ansetzen nein nein okay in den Raum zusätzlich 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 nein ah Sitz Leder okay da könnte man einfach schauen Sitz Leder Sitz Leder okay ich gucke mal in die Tablette Chaos Retile Workshop nein wollte man nicht aber Interior Leder Leder 11 das war ein Spezial Sitze Sitz Leder 11 E Sitz Leder 11 E ja das war das aber okay zwei Stück brauchen wir könnte man ich habe es noch nicht probiert ob man können diese Sitze lackieren ich weiß auch nicht ah ich gucke mal einfach ich bin auch mal auch abend zu muss ich sagen im Spiel und ich weiß nicht ob hat jemand das versucht oder das zu lackieren die Stuhle so die die das Innere Raum vielleicht funktioniert das auch wer weiß Teil lackieren aber ich glaube nicht ich glaube nicht dass ich kann die Stuhle so die Sitze lackieren so wie das aussehen nein glaube ich nicht ich glaube eh nicht es sind nur Teile zu lackieren so wie so für den Motor einfach Karosserie und nein 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 okay okay ich wollte einfach schauen ob es wäre möglich gewesen aber sie sehen auch so wie ich das ist nicht möglich dann muss man dann müssen wir mitmachen dann machen wir die Sitze rein in den Raum okay und was ist das für ein Lenkrad Lenkrad XJ 220 nein das gibt es noch nicht oder weil ich habe ein Lenkrad ich glaube manchmal ein Multi Multi Lenkrad Funktion ich habe eine Porsche Lenkrad Lenkrad DBS Lenkrad 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 Moskito Lenkrad Lenkrad Sylvia ja gut da Lenkrad Mazda Mazda Lenkrad SLS Lenkrad Vantage Lenkrad Lens Lenkrad 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 besonders für die ... oder kann ich ihr eingeben ... 370 ... vielleicht bekommen wir was ... Ah ihr ... oh ... und da ... da war auch die falsche Stuhl ... Sitze ... ah ... ach schau dir das an ... ich habe andere Innenraum gemacht ... nein ... ich habe die falsche ... falsch gemacht ... nein ... ich wollte das nicht ... so ... Nissan 370 ... jawohl ... Nissan 370 ... und dann dem Lenkrad ... Nissan 370 ... jawohl ... ok aber ... zusätzlich ... Stahl demontiert ... zusätzlich Stahl montiert ... ah ... ich kann etwas hier montieren ... oder ... was ist das ... ah ... Ok ... aber ... etwas ... sagt er mich ... ok ... äh ... ich ... glaube machen wir so ... äh ... war das ... äh ... mit ... äh ... unserer ... Ich weiß nicht 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 ... Ok ... Moment ... da muss man ... schauen ... weil da ... da gibt es noch ... noch eine ... zusätzliche ... äh ... da vorne ... aber was ist das ... Du hast keine ... passende ... passende ... Ersatzteile ... ok ... ok ... ok ... Aber hier kommt sowieso etwas ... ja ... Motorabdeckung ... ok ... Motorabdeckung ... ok ... Vielleicht ... jetzt ... oh ... der Motor ... Ah ... das war auch ... ok ... jetzt habe ich verstanden ... ok ... ok ... Warum es war grün ... habe ich verstanden ... weil da ... etwas ... ein Teil gefällt ... und dann ... wird auch das angezeigt ... ok ... so ... Platte ... äh ... so ... Felge ... Ob ... komm ... Nehmen wir ein Felge ... äh ... so eine ... Nimmer Schilders Schweiz ... Und ich grüße auch die Schweizer ... Freunde ... die auf meinem Kanal sind ... Ich weiß auch nicht ... ob der kommt noch ... Ab und zu ... äh ... Moko ... Moko ... Oh ... ich weiß auch nicht mehr ... Boah ... Ich habe es auch nicht mehr im Kopf ... Aber ab und zu kommt er bei mir ... So ... da brauchen wir zwei Stück ... Äh ... war das O ... Nein ... das war kein O ... Das war ein Nummer ... So ... die ... Nullnummer war das ... Ad docks ... ok ... Zwei Stück ... Ok ... Gekauft ... Gekauft ... ok ... Hä ... Hallo ich habe es gekauft ... Oh nein ... muss man wieder neu machen ja ich glaube ich habe nicht die enter-task gedrückt und dann hat er das nicht registriert der spiel aber okay das geht schnell jetzt machen wir schnell zwei stück teile kauf okay weil ich habe auch nicht gedrückt ich habe mir enter gedrückt jetzt aber drei stücke kauft egal egal aber ich weiß nicht wo kommt die nitro oder die zusatz also ich habe nur nitro montagen teil ok es wäre interessant wenn ich könnte einfach die nitro einfach modus für montage zusätzliche teil demontieren demontage zusätzliche teil montieren da gibt es noch etwas aber ich weiß nicht habt ihr gesehen dass ich könnte noch etwas ja was ist das aber vielleicht moment mal vielleicht ist das ok ok ich guck mal aber ich glaube vielleicht habe ich etwas ich bin die meinung dass vielleicht auf der motorhobe kann man vielleicht etwas einsetzen auf dem motor auf diese motorhobe spoiler carbon spoiler nein 2 die rufes kot schifte Ude Ah Ude Ah Ude Wahrscheinlich Vielleicht könnte man das ansetzen Nitro Switch Können wir das noch kaufen Ufeskupe Okay Elektronik Ich habe auch keine Ahnung So okay Jetzt ich versuche mal einfach Vielleicht Ah Okay okay Moment Ja vielleicht Ja jetzt Es ist auch nicht mit allen Okay aber Das kommt von diesem Workshop Und da können wir so wie ich habe jetzt das gekauft Etwas in der Motorrad Reinsetzen Aber gut Die Rest Ich weiß nicht Montage in den Raum zusätzlich Nein da wird auch nichts mehr angezeigt Okay gut Dann okay Gut dann gehen wir in die Lackerei Ja man hat doch noch Zeit Ja man hat doch noch Zeit oder Oder machen wir das in der nächsten Folge Das man macht noch diese Lackierei und den Motorprüfstand und die Tests Ja das machen wir in der nächsten Folge Ja das machen wir in der nächsten Folge Ich bedauke mich noch für zu schauen und das geht weiter Machs gut Wir sehen uns noch Tschau Mühe Tschau Untertitelung des ZDF, 2020